Hallöchen ihr Lieben und Herzlich Willkommen zu einem weiteren Part von Ada und mir und Fallout 4, jawohl. Wir werden heute eine Quest noch einmal probieren, die wir schon einmal gemacht haben. Und zwar werden wir den Deminiotments helfen, ihre Burg zurück zu erobern. Wir müssten dafür stark genug sein und mir ist eingefallen, dass diese Station ja mit allen anderen Werkbanken zusammenhängt. Somit kann ich mir den Kleber in die Haare schmieren. Ich werde hier auch gleich mal den Fusionskern rausnehmen, dann kann die Rüstung niemand benutzen. Und ich werde hier gleich mal einsteigen und wir werden uns sofortigst auf den Weg machen zu den Miniotments. Mit unseren zwei neuen Schätzchen als Waffe wird das ein Kinderspiel, hoffen wir. Gut, ich war heute auch schon mal soweit. Darum weiß ich, dass das jetzt funktionieren wird. Nur ist mir da leider die Aufnahme abgeschmiert und somit auch gleich das, was wir erarbeitet hatten, entschwunden. Gut, ich hoffe nur, dass wir das Pech nicht haben und dass das Ganze jetzt noch einmal passiert. Ähm, wir müssen dazu mal hier hin, die Burg. Ah, ja. Puh, ich hoffe wirklich, wie gesagt, dass das jetzt nicht noch einmal passiert. Das wäre gar nicht gut. Ganz und gar nicht gut. So, jetzt sind wir heute wieder laden. Der schöne Ladebildschirm da. Den, 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 den hübschen, hübschen. Mit den vielen Infos, den tun wir jetzt mal ein bisschen betrachten tun. Und gleich dürfen wir spielen. Hoffentlich? Bitte? Ja? Hört sich gut an. Oder? Nein? Doch? Ja. Passt. Schön, schön. Dann hatschen wir wieder hier rauf. Tap, 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 tap. Ähm, für den Fall, dass wir hier jetzt wieder, sag ich mal, eins auf die Fresse kriegen oder so, oder sterben werden, was leider Gottes der Fall sein kann, ähm, habe ich schon mal einen Ladebildschirm, äh, Ladebildschirm sag ich, einen Spielstand, wo diese Käferchen hier schon erledigt sind. Ich muss jetzt. Du da. Da. Da muss noch irgendwo ein Käfer sein. Da. Oh. Da. Du. Wow. Mistkäfer. Na los. Bitte schießen. Bam. Der Käfer auch. Der Käfer auch. So, jetzt müsste ich normalerweise von allen Erfahrungswuchten kriegen. Hoffe ich mal. Na nun, wo bist du denn? Da. Jawohl. Ist erledigt? Na, irgendwo schießen sie noch. Auf wen denn bitte? Auf die kleinen. Alter. Mistviech. Kleines. Ekelhaftes. Mistviech. Jetzt ist Ruhe. Gut. Sehr gut. Dann heben wir mal die ganzen Sachen hier wieder auf. Wie gesagt, soweit waren wir schon. Wir haben auch schon die Eier geblättert gehabt und aufgesammelt. Verdammt. Scheint, als würden sie berühren. Ja, tun sie auch. Ja. Sind sie schneller zurück, als wir gucken können? Jo. Ja. Jawohl, der ist hin. Was? Was? Alter. Der hat's überstanden. Jo. Und es geht schon rund, ne, mit der Säuberung des Hofes. Wir sind nur noch beschäftigt mit dem Eier aufheben. Sofern wir halt noch welche kriegen. Da ist irgendwas. Oh. Pistolen und Patronen. Du hast eine Ausgabe von Pistolen und Patronen gefunden. Schusswaffenvorsagen dauert 5% mehr Kriegsschaden. Supi. Das nehmen wir mit. Ah. Au. Was zum Teufel. Graus ist wie ich. Habe ich wen getroffen? Habe ich wen getroffen? Au. Was zum Teufel. Sauviech. Ich schieße die. Ich sehe schon hin, aber ich schieße draußen nieder. Ist mir wurscht. Da drüben sind noch welche. So. Kackviecher. Mehr Mistviech. Jawohl, der ist hin. Äh. Du. Nein. Ich habe nicht getroffen. Mist. Ja, hallo. Gehen wir. Alter. Kacke. So. Der kommt weg. Was haben wir hier noch? Da sind auch welche. Bäm. Bäm. Und. Bäm. Na, würdest du bitte abnippeln? Geht ja. Mistviech. Ich. Klobus. Da haben wir Eier. Da oben ist nichts. Raketen. Raketenwerfer. Lol, da war die ganze Zeit ein Raketenwerfer. Fu, fu, fu. Scheißen Dreck. Die Mission hätte ich schon früher schaffen können. können, supi, 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 Profis am Werk, also ich halt, ne, Brennstoff, okay, kann ich damit vielleicht diese Beste dann später anzünden, das wäre super, so, was gibt's hier noch? Nicht wirklich viel, oder? Da ist was, einmal, Aluminiumgeschicht, da haben wir nochmal Brennstoff, Flammenwerfer, 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 da gibt's hier alles, was man gebraucht hätte, scheiße, das ist halt, wenn man keine Augen im Kopf hat, so wie ich, da, noch mehr Raketen, ist ja scheiße, Alter, fast, hin ist er, was haben wir hier noch drinnen, Alter, Schwere, wie schlimm, so viel Zeugs, ah, da kommt wieder so ein Baby raus, los, komm da, graus, Käfer, Alter, weg mit dir, Mistviech, oh, oh, hoffentlich, Tafelwasser, wir sind eigentlich ein bisschen angeschlagen, und die müssen hier jetzt speichern, tja, ist hier doch glatt ein Feuer, Dings und so, bestätigen, gut, wir wechseln jetzt erstmal unsere liebe Waffe, wir nehmen dafür, na, den Flammenwerfer nicht, sondern den Fatman, ein, das wäre schön, wenn wir noch so eine Mini-Atombombe finden könnten, eine wenigstens noch, dann geht's auch rauf, okay, ja, und das geht schon um, ne, wo ist denn das Kackviech, Nanu, hallo, da, so, und bam, jawohl, Zweite, jawohl, alter, 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 wir müssen weg, uh, wir müssen da weg, wir müssen da runter, runter, schnell, schnell, alter, 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 hey, da, geh weg, alter, wir müssen weg, weg, lauf, du Trottel, lauf, Joppel, echt, weg da, rein da, irgendwo hin, weg, wah, alter, puh, und schnell Waffe wechseln, alter, also gut, die Rakete als nächstes, und kann man schon Redaway-Spritzen, dass das saugraust, viel Abstand halten von dem, nochmal, äh, Redaway, sag ich, ein Dings halt, und ne Gemüsesuppe nochmal oben drauf, jetzt hoffen wir, wo ist denn, die Kackkönigin, da hinten ist sie, alter, das trifft überhaupt nichts, was wollt's denn ihr Scheißviecher da, wo ist denn jetzt hin, wah, geh weg da, hallo, alter, ich muss da rüber, du Kackviech, toll, echt, wen eine andere Waffe, bitte, ach, komm, da müssen wir es halt alles wieder so machen, wo ist denn dieser, nein, Flammenwerfer will ihn, das Jagdgewehr, wo ist heißen, ist jetzt Ruhe, alter, so, Raketenwerfer, weiter, warte, ist der besser, nein, jawohl, geht ja, Kackviechelendiges, Jagdgewehr, wo bist denn, du Scheißviech, na, jetzt hab ich nicht getroffen, ey, komm, hallo, stirb, das gibt's ja nicht, hallo, das ist jetzt aber nicht der Ernst, oder, das trifft es nicht, alter, herr mit der Macheten, du Saufviech, wie viele haben überlebt, wahrscheinlich nur ein einziger, zwei haben überlebt, der Rest ist gestorben, scheiße, okay, gute Arbeit, Leute, aber wir sind noch nicht fertig hier, der General und ich werden uns die Funkanlage ansehen, um festzustellen, in welchem Zustand sie ist, ihr anderen vernichtet die restlichen Meierlurks und Eier, die ihr findet, sieht wie ein leistungsstarker Sender aus, okay, na, super, die beiden haben überlebt, der Rest ist gestorben, leider, wir konnten leider nicht alle retten, Kackviechelendiges, ja, ich bin glaube ich schon überladen, Eda, ich brauch dich mal, Handel bitte, ja, aber trotzdem Quest geschafft, leider Gottes haben nicht alle überlebt, das geht auch nicht gerade gut, es sterben sowieso zwei, was ich weiß, leider Gottes, Waffen, da kannst du mal ausnahmsweise den Raketenwerfer tragen, äh, fuu, so, doppelläufige, die behalten wir, Raketenwerfer gut, der kommt weg, ähm, Impro-Gewehr, will ich gerne behalten, dann tun wir das da weg, derweil, und den auch, Scharfschützengewehr haben wir auch, ist gut, passt schon mal, schlusserste, fuu, äh, Bill, was können wir wieder tragen, nice, unglaublich, passt erstmal hin, würdest du sterben? Das gibt's doch nicht, oder? Diese Kackviecher! Es ist ja einfach nur unfassbar, komm her, du Kack-Ei, da gibt's auch noch welche normalerweise, schlüpft gleich einer, so, das ist auch was, passt erst hin, Mistviech, ach, na fein, aber trotzdem, geh scharf, Gott sei Dank, warte, gibt's Strom? Warum? Warum ist hier Strom? Hätte man da was machen können? Eine Falle oder so? Da ist, glaube ich, nix, da sind wir gewesen, da auf der drübenen Seite ist noch was, hier ist alles weg, drüben noch ein bisschen, da drüben, nein, nicht so, das wollte ich machen, und zwar hier ist noch ein Dingens versteckt, na komm, ach, komm, da, Rakete, hallo? Rakete, da, passt, da drüben noch was vielleicht, da ist, glaube ich, auch noch was, was, passt, entschuldigung, musste mich grad konzentrieren, gibt's ja nicht sowas, Stirb, wow, kackviech, so, auf da, da ist nix drin, Seife haben wir da, wir könnten mal ein Wasser gebrauchen, glaube ich, Jawohl, passt, sind wir wieder fit, da haben wir auch was, da haben wir auch was, da ist ein bisschen Bier noch, bam, 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 oh, warte, eins hätte ich fast vergessen, speichern, für den Fall der Fälle, dass sich hier wieder was aufhängen tut, ab, 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 ja, damit, schmutziges Wasser, juhu, hurra, da, perfekt, aufbereitetes Wasser, gut, hier haben wir auch noch was, einen Kochherd, aha, passt, dann würde ich sagen, wir hauen hier mal ab, da ist ja noch ein paar Eier, die nehmen wir mit, passt, dann müssen wir hier, ja, ich würde gerne wissen, wo unsere Kollegen gestorben sind, die haben sich ja auch noch hier und da, ah, da ist schon mal der erste, tut mir leid, fürs Sterben, aber wir sind wieder voll, Edda, bitte, du kriegst was, und zwar Waffe, ah, kriegst glaube ich hier was, das und das und das, sowie das und das, dieses, jenes, das, ähm, das, dann, dann Schrott können wir wieder geben, so, blablabla, und das passt schon mal wieder fürs Erste, Danke, Edda, ali hopp, ali hopp, ali hopp, ist da oben jetzt auch irgendwo, lol, war das eine Kanone, oh, das sind Eier, wach, alter, ich hab's nicht backen gesehen, wir sterben, kack, Viech, so, zwei Eier, super, hat sich ausgezahlt, nämlich nicht, das sind auch wieder welche, bestimmt, und, der ist hin, Viech, das ist erledigt, passt, wieder die Eier einsammeln, wach, da können wir viel, viel draus kochen, wach, bada, gut, mir geht aber die Frau ab, da war ja noch irgendwo, eine Frau, die müsste mal auch gestorben sein, oder auch nicht, wer ist hier, mei, ja, dann halt nicht, dann machen wir halt hier weiter, tada, oh, hier haben wir auch noch Brennstoff, Radio Center aktiviert, wenn ich das einschalte, sind wir bereit zum Senden, jo, ah, ich sehe schon, warte, Strom, wir brauchen scheinbar Strom, was ist das da eigentlich, eine normale Werkstatt, okay, jetzt ist die Frage, ob ich da einen Generator bauen muss, Schlägstrich soll, oder wie ist das gedacht, ha, tatsächlich, ist hier echt eine Station, ha, natürlich, müssen wir einen Generator bauen, ha, Energie haben wir null, also, dann würde ich gleich mal sagen, wo klatschen wir den denn hin, da oben ist er halt auch nicht schön, oder, ich würde ihn in den Keller stellen, am liebsten, so, irgendwo, ich würde sagen, da hin, oder, haben wir hier eine Stromverbindung, nein, oh, nein, ja, nein, oh, doch, hier, schau da, so, ist schön, dann würde ich sagen, wir klatschen den hier hin, warte, drehen vielleicht, so, ich glaube, so gehört er, und, zack, dann so, und so, katschen, und liegt es, ha, supi, na, servus Kaiser, das sauber kriegen, kann man gar nicht sauber machen, oder, was ist das, so verwerten, Bilderrahmen und so, das können wir alles verwerten, alles wegschmeißen, klasse, es geht wieder Strom, wo geht es hier raus, ah, da ist sie gestorben, ach, was, die hätte überlebt, tragisch, tragisch, ja, genau, das wissen wir schon, nein, tut mir leid, aber jetzt, müsste es gehen, schau mal, nein, geht nicht, warum geht das nicht, da müsste doch verbunden sein, ah, was haben wir da, ausgeschalten, eingeschalten, aha, ach so, soll das funktionieren, aha, warte, katschanga, ach so, ja, ich verstehe schon, ähm, da braucht man, warte, hier, ähm, ein paar solches, Säulen wäre schlecht, zumindest einer da, in der mitten, ähm, haben wir da keinen schönen Masten, da gab es immer so hübsche Masten, die hatte ich eigentlich gern, hm, wo sind denn die hin, so große, weißt ja, oder? Hören die hier dazu? Eigentlich nicht, komisch, naja, schauen wir mal, ob es geht, ah, jetzt bin ich zu weit raus, so, das klappt schon mal, und das hier, das klappt auch schon mal, und jetzt, ja, sobald ich das einschalte, sind wir bereit zum Senden, ja, und jetzt, muss hier noch ein Kabel, oder was, ach, Gottchen, also so, nein, jetzt, ja, sobald ich das einschalte, sind wir bereit zum Senden, warum geht jetzt hier kein Strom, verflixt, ist ja auf grün, und hier drin geht es ja auch, das ist gemein, warum klappt das denn jetzt nicht, oder ist das zu wenig Strom, könnte auch zu wenig Strom sein, oder, dass es nur jetzt mal hier geht, wenn wir da jetzt einen reingebaut haben, und auf der anderen Seite muss es dann auch klappen, sozusagen, ach, Gottchen, dann laufen wir mal, also da rüber, tap, 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 dann halt hier rüber, und von mir aus hier rein, ist aber auch ein blöder Raum, der gefällt mir nicht, dann stellen wir das doch einfach hier hin, oder, den Generator, also da suchen, dann bauen wir halt noch ein, Energie, geh vom Generator, es fehlt Stahl, dein Ernst jetzt, Ada, komm zu Mama, Ada, Ada, wieder, gib mir dein Zeug, nein, erhöhen, nehmen, alles, was willst du da bitte? ach, tap, tap, darab, tap, tap, so, nochmal, also, Energie, Generator, so ein Drum, so ein Drum, ungefähr so, würde ich sagen, und zack, dann Escape, dann so, und, so, jetzt brennt hier Licht, so, reicht das jetzt, für den Strom? Erste Hilfestation, aha, haben wir jetzt genug Strom, oder muss da drüben vielleicht auch nochmal da oben, der kann schon mal hier sitzen, zumindest, schauen wir mal, ob es geht, sobald ich das einschalte, sind wir bereit zum Senden, dann schalt ein, aktivieren, sobald ich das einschalte, sind wir bereit zum Senden, pfuh, Ada, wo bist du? Meine Gute, warte, Hunted, das hoffe ich auch, also wieder weg mit dem ganzen Schmarrn, dass wir wieder hatschen können, so, dann auch mit Waffen, da, kriegst du den da weh, den kriegst, den brauchen wir da weh auch nicht, ist immer leichter, ja, dann passt schon mal, dann laufen wir wieder ein Stück, dann schauen wir mal hier, können wir hier rein, was ist denn das schon wieder? Das ist ja wieder komisch, also da drüben brennt Licht, da drüben brennt auch Licht, und da kommt man eigentlich nicht rein, wo geht denn das überhaupt auf? Ah, die hopp, braucht man hierfür auch irgendwie Strom? Wahrscheinlich, ne? Oder es geht da irgendwie mal mit einem Knopfdruck oder so auf, Warte mal, haben wir da jetzt dann nochmal so ein Dingens? Nein, der Strom da drüben verbindet alles, der da. Aber da brennt doch Licht, warum klappt das dann nicht? Muss man da oben noch was machen? Sobald ich das einschalte, sind wir bereit zum Senden. Geht's hier? Sobald ich das einschalte, sind wir bereit zum Senden. da ist er. Mein Gott. Jetzt da. Sobald ich das einschalte, sind wir bereit zum Senden. Achso, da muss ich Senden. Oder wie? Ich hab's jetzt ja auf grün. Hallo? Bin jetzt... Achso, die Powerrüstung. Gut, dann drüben wir die raus. Also gehen wir mal wieder raus, ist der. So, jetzt aber. Herrschaftszeiten. Ja, ich muss ein Stückchen zu Fuß gehen. Ja. hinsetzen. Geht's jetzt, oder was? Kompliziert. Ja, komm mal her. Ich muss nochmal handeln. Ja. nochmal die Kleidung und so. Da kriegst du noch einen Haufen Zeugs, weil ich kann mir... Ich kann mich keinen Meter mehr bewegen. So, dann das auch noch. Und jetzt kann ich wieder laufen. So, ist gut. Off, on, das passt. Es gibt Sender. Sobald ich das einschalte, sind wir bereit zum Senden. Ja, ist ja. Dann sende doch. Oder warte. Muss ich denn... Warte mal. Gehen wir mal auf... Tun wir das weg. Für die Freiheit. Aktiviere den Radio Center. Machen wir mal so. Das gibt's doch nicht. Hier wird's mir angezeigt. Das soll so funktionieren. Sobald ich das einschalte, sind wir bereit zum Senden. Ja, aber er hat doch Saft. Da. Saft. Musst ihr nochmal wohin, oder was? Warte mal. So. Musst das hier nochmal... Und so. Musst das nochmal irgendwo hinter Strom? Ich dachte, der wäre schon verbunden. Hier vielleicht? Das hat doch gerade weiß aufgeleuchtet, oder? Für sie habe ich das jetzt gerade... Benötigt 10 Energie. Wir haben doch 10. Das gibt's ja nicht. Strom. Müsste doch gehen. Brauchen wir dann vielleicht noch einen Generat... Was hier? Was sollen wir da bauen? Hä? Steckerschalter, Glühbirne... Energie, sonstiges... Terminal... Ähm... Das kann ja alles nicht passen, oder? Fix und die Geigen. Was findest du denn von mir? Ich kann mir echt nur vorstellen, dass wir noch einen Generator brauchen, oder was? Bauen wir halt noch einen hin, wenn es sich noch ausgeht, vom Material her. Nö, Stahl fehlt. Boah, das ist übel. Ähm... Du bitte? Aufgepasst. Ja. Stahl. Irgendwas, was du mit Stahl hast. Schraube, Plastik, Glas, Stahl. Zweimal. Oh, da brauchen wir mehr, glaube ich. Aufgepasst. Fix nochmal. Ähm... Da, auch nochmal Stahl. Sonst nochmal Stahl. Ähm... Der da. Jetzt müsste es passen. Ach, gut. Würde ich sagen, tun wir den da hin. Dann könnt ihr gehen, den hier hinzubasteln. Nehmen wir halt noch einen Generator, dann geht es wohl passen. So. So. Nochmal so ein Riesentrum. So, ein bisschen randig. Passt. Und... Kacang. Ja, jetzt passt's. Interessant. Scheint funktionsfähig zu sein. Wunderbar. Dann? Ähm... Geht schon? Aha, mit ihm Quatsch. Entschuldigung. Wir haben es wirklich geschafft. Ja. So lange zusehen müssen, wie es mit dem Minutemen-Tag abging. Ich... Das ist wirklich was Besonderes. Jetzt müssen wir zu Ende bringen, was wir angefangen haben. Wir müssen das Power-Wealth einen und dieses Mal muss es halten. Also dann, zurück an die Arbeit. Doch jetzt, da Radio Freedom sendet, können wir überall und jederzeit die Leute warnen. schön. Für die Freiheit. Wuh, 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 wuh. Ich habe einen etwas anderen Auftrag für dich. Unsere Steuer haben eine vielversprechende Stelle für eine neue Siedlung gefunden. Okay. Sobald du alles gesäubert hast, verziehe einen Funkleitstrahl und informiere die Siedler darüber. Und bevor du dich versiehst, haben wir da eine neue Farm statt des Ödlands. Wir holen uns das Commonwealth zurück. Sehr schön. Fein. Nehm ein. Hangman's Ellie. Okay. Feine Geschichte. Da haben wir auch schon... Puh, haben wir es auch geschafft. Ja, nach einem Bild rumprobieren, haut es ja dann doch irgendwann mal hin. Einfach zu wenig Energie. Stand doch da, dass man 10 braucht. und dann... Jupp. Naja, was soll's. Nicht aufregen, nicht ärgern, alles gut. Wichtiger ist der nächste Skillpunkt, denn wir haben ja wieder einen zu vergeben. Wo tun wir den denn hin tun? Weil der hier geht noch nicht, aber auf Level 31 brauchen wir hier schon. Yes. Was wäre denn angebracht? Stimpaks stellen 45% der Frauen gesummert wieder her und Raiderway entfernt wesentlich mehr Strahlungen. Das wäre nicht schlecht. Warte mal, was haben wir denn da? Ausdauer. Du erhältst plus 20 Schadensresistenz. Boah, das wäre aber auch super. Ha, ha, ha. Taschendiebstahl. Wie schaut's da aus? Uh, Schlösser knacken. Die sind einfacher zu knacken. Hm. Wir sind aber gar nicht so schlecht schon eigentlich, ne? Da wäre Schadensresistenz fast besser. Ich nehme die Schadensresistenz mit Absicht, mit purer Absicht nehme ich die. und annehmen. Denn Schlösser knacken können wir ja eigentlich schon gut. Wir können ja auch die Experten schon knacken und das sogar wirklich recht gut. Hm, passt. Mehr haben wir nicht zu vergeben momentan. Nein. Radar-Probleme bei Summerville Place. Oh, oh. Summerville Place. Wo ist, äh, Summerville Place verflixt und zugenäht. Wo ist denn das jetzt gewesen, Tun? Summerville... Das da? Ist es das da gewesen? Wir haben die Bauerrüstung, ne? Wir sind recht fit. Ich muss... Achso, ich tut gerade automatisch speichern. Wir tun auch speichern. Ähm, hier. Und wir porten uns noch hin und besiegen die Raider. Es wird ein bisschen Überlänge. Ich weiß. Tut mir leid. Scheiße, wo warnt das jetzt? Da um. Hier, ähm, hier hin. So. Und geht schon weiter. Hotroader. Flamechop. Boah, das ist eine Karte da, ne? Atomic Hotroads. Jaja, diese Wüstenrennen sind das, oder? Also kann man das damit vergleichen oder es ist sogar dasselbe. So, was ist hier los? Okay, da drüben geht's ab. Ich hab wieder mal das vollkommen falsche ausgewählt von der Waffe her. Was soll ich mit einer Machete? Scharfschützengewehr? Würde ich sagen, ist gut. Da drüben geht's schon wieder ab. So. Das schaut mir aber fast danach aus, als wären's Roboter wären. Ich glaub, das sind schon Roboter. Puh. Ähm, also nochmal hier speichern für den Fall der Fälle. Alter. 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 Bäm. Bäm. Au. Stierb. Alter. Alter, ich schlag dich, ich schlag dich tot. würdest du? Du hast hab' ich kein... Du hast jetzt mein Steampack weg. Alter, du stehst jetzt weg. Würdest du nur treffen? Du hast jetzt das weg. Hä? Warum ist mein... Hab' ich die alle verbraucht? Kann ich nicht sein? Im Ernst? Das wär' jetzt aber saublöd. Ich hatte doch zehn mit. Naja, jedenfalls ist der Part zu Ende. Ich bin grad schockiert. Okay, ihr Lieben, im nächsten Part, oder sollen wir's noch probieren? Einmal noch. Wow. Der erste ist schon mal hin. Der zweite ist auch hin. Auf. Jetzt hab' ich einen Baum erwischt. Wo ist jetzt der Kopf? Der steck' ich fest. Boom, der ist hin. Der ist auch hin. Ada ist auch hin. Der Müllbot da geht mir im Nerv. Alter, zwei nicht getroffen. Die zwei wieder nicht getroffen. Wo ist er denn? Alter, das ist Arsch. Jetzt haben wir was getroffen. Jetzt ist er hin. So'n Arschkopf. Oh! Achso. Hoppala. Reparieren. Passt. Ja. Ja. Puh. Alter Schwede. Hier, da ist ein Pilz. Puh. Das war jetzt grad wieder Puh, ne? Haben die da tatsächlich diese Händler angegriffen? Ich glaub, ich hoffe, die haben sie nicht umgebracht. so'n Arschkopf. gib her das Klump, was du da hast. Du mieser, fieser Roboter, du. Haben wir jetzt eigentlich das richtig gemacht? Das weiß ich nämlich nicht. Also, haben wir jetzt diese Mission da? Aber ich glaub' nicht, ne? Da müssen wir noch mal anders hin. Was haben wir da? Wilder Ghoul. Zwei. Oh, die haben wir schon mal, oder? Was haben wir hier noch? Ach, das ist ein Holz. Söldner. Okay. Wunder. Aha. Was war das? Ich hoffe nicht Schlimmes. Da ist noch die Blume und das war's auch schon. Na gut, dann hält man das. Da müssen wir nur schauen, wo das Dingens da jetzt angegriffen wird. Hat das jetzt gepasst oder nicht? Ich glaub' nicht. Borden wir uns noch mal her. So, schneller bitte, damit wir, dann können wir den Part beenden. passen. Passt. Na fein. Ähm. Ah, da müssen wir quatschen. Ja. Machen wir gleich. Aber erst im nächsten Part. Ihr Lieben, ich bedanke mich wieder fürs Zuhören, fürs Zuschauen, wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend, je nachdem, wie das Video schaut. und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüssi. bis zum nächsten Mal. Tschüssi. Bis zum nächsten Mal.